Yeah! Verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihnen. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg auf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay. Lass uns vorsichtig sein. Und da sind wir. Endlich. Endlich. Wir müssen einfach weiter. Toom of the Raider. Äh, Rise of the Tomb Raider. Fängt schon gut an. Äh. Erstmal sehr geile Stimmung hier. Richtig schöne Grafik. Tolles Licht. Selbst wenn wir hier nichts finden. Denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich heiße euch also willkommen. Recht herzlich. Äh, ich freu mich jetzt schon so lange auf das Spiel. Keine Ahnung, wie lange ich darauf warte. Alles okay? Also über ein Jahr auf jeden Fall. Direkt mit Action an, ey. Da kann man nicht mal schöne einleitende Worte finden. Naja. Kann auch. Lara, bist du in Ordnung? Natürlich. Jonah! Ich bin hier! Das gewohnt bin ich. Ich plattere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich plättere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Worte oder dort? Das wird nicht. Also sie hat schon, wie man sieht, ihre Erfahrungen mitgenommen aus dem ersten Teil. Sie kann ja schon so ein paar Sachen, hat ihre Spritzhacken und alles. Lass mal kurz sagen, ich habe es noch nicht gespielt bis jetzt. Es ist wirklich blind, komplett. Es ist das erste Mal. Ich habe es noch nicht irgendwo auf der Xbox One oder so Probe gespielt. Ich kenne nur den Trailer. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand! Oh Mädel. Über. Voll. Hab dich! Hab's, du schaffst, okay. Sehr schön. Shit, Lara! Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm! Dieser Enthusiasmus, der ist, der springt richtig auf mich rüber. Da müssen wir wohl durch. Entschuldigung. Ähm. Ich glaube, sie hat auch eine neue Stimme. Also, eine neue Synchrontröhnerin, wenn ich mich rüber, aber ich auch. Hier können wir bleiben, wenn es das Wetter umsteht. Glaubst du echt, wie finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Was? Aber laut dem alten Pferdenlaser gibt es Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch schon einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Trinity, was ist das für ein Blödsinn? Werden wir noch alles rauskriegen? Der Sturm kommt leer. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Was denn? Also, hier hat man keine ruhige Minute. Das Spiel geht richtig etchnal los. Finde ich gut. Ist geil. Was meinst du? Macht jetzt schon Spaß. Ich bin richtig gehalten. Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Nach das letzte Stück bis nach oben. Warfig ist echt nicht schlecht. Ich sehe, was da oben ist. Ich glaube, in dem Video sieht man das dann auch so gut. Also, ich bin richtig gehypt, wie man merkt. Bleib da an der Watt. Okay. Äh, richtig gehypt. Weil der erste Teil mir so gefallen hat. Und ich hoffe, der zweite Teil wird einfach noch besser. Und ich habe so ein gutes Gefühl dabei. Vor allem, was Waffenmodifikationen und so angeht. Aber das ist ein gutes Bild. Und ich habe es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Kameran, bitte! Kameran, bitte! Eieieie Oh, Scheiße! Das war knapp! Krass, wo die langlaufen, ey! Das ist ja... Da können wir hier getrunken, ey, da Richtig gefurrt Oha! Wow, das war knapp Das ist ja jetzt einfach lang Das ist ja jetzt einfach lang Was du geschafft hast, Mann! Du verpackst dich! Oha! Achso! No! Ich bin jetzt gerade gestorben Verdammt! Toll! Ich dachte, er fängt mich auf mit dem Seil So, krass! Er ist das erste Mal gestorben, geil! Und schon ist die Explosion Expedition zu Ende Ah, was eben für eine Schwierigkeitsgrad da stand Vielen Dank nicht Jonah! Wir haben es geschafft! Ich sehe die Ruinen! Hallo! Oh Gott! Sarah! Ah! 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 Oh Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Geh, das ist ganz bad Ja! Ich zieh dich wieder rauf! Krass! Fuck! Schwing sie! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay! Los geht's! Ähm... Komm schon Lara! Okay! Natürlich! Ich kann dich nicht halten! Der Seilwunsch! Oh, nur noch einmal, Freund! Scheiße! Na los! Jawoll! Geto! Schwenner, Mädel! Du schaffst es! Jawoll! Was ist denn der Freund hier? Ich hoffe, der stirbt nicht! Oh! Scheiße! Schleller, Verdammt! Wie soll! Jona! Such dir Schatz! Oh fuck! Oh mein, ich bin gerade noch am Seil dran! Rauf da! Rauf da! Rauf da! Rauf da! Rauf da! Okay, sehr schön. Äh, okay! Ei, ei, ei Da ist eine Stange, da ist eine Stange Alles klar, wo geht's jetzt hin? Ah Kommt die Scheiße Oh Gott, Alter Ach, rechts Wow Nein Nein Verdammt Umschalten, um die Position zu ändern, okay Das ist so, ich war ja Ah, ich wollte erst nach rechts klittern Ich dachte, ich wusste nicht, dass man sofort springt Shit Das ist echt dumm Okay Okay, nochmal Moment Okay, auf geht's Okay Ja, genau gleich Und Oh Oh Sehr schön Alter Was geht denn ab, ey Die arme Frau Ei, 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 ei Okay Halt dich fest Ei, 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 ei Okay Schande Krass Mal einiges durchmachen Mal einiges durchmachen Ist die größte Ist die größte Grausamkeit des Lebens Das wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden Wir altern Wir verfallen Wir sterben Ach Aber was lassen wir zurück Knochen Staub Was ist mit der Seele Überdauert sie unsere Existenz auf Erden Ich glaube, sie tut das Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit Sie ist nicht wissenschaftlich Sondern etwas viel Tieferes Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden Aber Nicht nur ich allein bin auf der Suche Sie verfolgen mich Beobachten jeden meiner Schritte Ich kenne jetzt ihren Namen Trinity Eine uralte grausame Sekte Die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna Dann könnte ich mir das nie verzeihen Bis zum nächsten Mal D Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die, die haben besser bezahlt. Sie. Oh Gott! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen. Bring sie uns hier raus! Shit, shit. Nein, nein, nein! Nein, nein! Kein zurück mehr. Es muss hier sein. Da bin ich wieder. So, das war jetzt ein langes... Äh, okay. Ach du Scheiße, unten ist Krieg. Das war jetzt ein langes... Intro-Video. Aber ich fand das... Sehr gut gemacht, trotzdem. Ach, ich hab schon eine Knarre. Äh, mit... Ah, ein paar Schuss. War da gerade ein endlich Schuss? Hm. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Die Legende besagt, dass der Prophet in der Oase zur Ruhe gebettet wurde. Alles klar. Äh, wir schauen uns mal noch ein bisschen weiter. Äh, eigentlich hatte ich geplant, die Folgen ein bisschen kürzer zu machen. Aber da jetzt gerade so viel Intro-Video war, also extrem viel... Ach, diese Folge... Irgendwas ist hier. Ah, das gibt's jetzt auch. Das ist ja ziemlich cool. Verschiedene Geh-Movie. Ah, hier. Das ist nicht schlecht. Das ist neu. Ziemlich cool. Ein religiöses Symbol. Detailliert und mit Edelsteinen verziert. Könnte byzantinisch sein. Vielleicht 10. Jahrhundert. Passt zur Legende des Propheten. Okay, das ist so ein bisschen wie im ersten Teil, dass man die Sachen findet. Ah, hier. Alles klar. Ganz schön Blut hier. Hemd. Ja, okay, hier kann ich... Schreckend. Will das das wirklich sein? Alles klar, mal schauen. Das nur nicht ganz verstehe. Geil, sie hat Leuchtstab. Fett. Sie ist halt schon gut ausgestattet, so. Wenn sie jetzt auf die Abenteuer geht, das ist halt ziemlich geil. Ja, mit Fackel. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort... Prophet. Wie ist es? Dad hatte recht. Okay. Okay. Ja, das Grabsim... Äh, Grabgeräusch... ... ist gleichgegeben. Ach, wo auch... Wo auch? Egal, da hinten... Das braucht ein Ding. Aber warum soll man da hingehen, wenn da... ... hier alles... ... dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel... ... zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. So, das ist ja geil. Wann geben wir... ... Sprachfähigkeiten zu verbessern? Ne, so. An Dark haben wir, ne? Das ist ja richtig nice. Ja? Okay, das ist da ja eindeutig... ... Jesus auf dem Bild. Wie schön. Ach, das stand richtig... ... Sprache. Hat man Skill für Sprache? Nice. Das hier hatten wir doch. Hm, scheint eine Art Karte zu sein... ... aber ich kann den Text nicht entziffern. Das ist ja krass. Also, man muss erst... ... Sprache auf Stufe 1 leveln, sozusagen... ... um... ... um... ... Entschuldigung, war es Wochenende noch zu krank. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee... ... vermutlich die Russ... ... er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen... ... er ging unbewaffnet zu ihnen. Cool. Stufe 1, alles klar. Hm, mein Griechisch ist eingerostet, aber... ... das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Markiere mir die Orte. Okay. Blaulichtkegel. Das muss man noch nicht ganz kapieren. Da muss ich hin, da ist irgendwo. ... ... legte Dokumente, wandte mir... ... ... Missionen gibt's jetzt auch... ... ... ... ... ... das ist alles schon irgendwie ein bisschen... ... ... Fortschritt als vorher. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Oh ja, Sprenger ist in die Luft. Ein geheimer Eingang. Komm mal rein da. Jawohl. ... ... ... ... ... ... Ach Gott, das kennt man aus dem Trailer. Unglaublich. Und seit das man hätte sehen können. ... 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